moin moin liebe holz und ein herzliches willkommen zurück zu weil hallo die zwei ich habe gerade lebt gerade auf 104 im karren liegt auch noch zurück ok auf geht's zum uralten hast du hast du uralte samen dabei hast du mich und wir irgendeinen von euch wo sollen die uralte samen herklingen du hattest glaube ich schon mal eins gefunden gehabt bin ich der meinung zurück ich bin gerade im lagerraum je nachdem was als was ich das eingesortiert habe es vielleicht im haupthaus also im schlafhaus jetzt mal kurz was viele sachen uralte samen ja weil der will ja auch für den opfer haben da ein uralten samen haben wir okay dann können wir einmal wecken das reicht aber auch erst mal ja ich weiß du bist gerade noch voll beschäftigt deswegen sage ich das ja warte ist auch bei mir das erste mal dass ich hier durchgehe wirklich ich komm ja schon ich komm ja schon na dann einfach durchlaufen oder einfach durch uuuuuh uuuuuh ich hab was geschluckt da passiert Dinge genau so und hier hinten dann moment oh gott äh die springen wie pilze aus dem rauch in den boden ok ja hallo wählt noch eure brandpfeile aus wenn ihr die noch nicht ausgewählt habt genau welle du weißt jetzt wie das geht ne ich weiß auswählen ja hier liegen so viele tote was hast du denn hier gemacht äh die haben die wollten mich alle töten hier ähm da hat den boss ja noch kennen eine kurzerklärung diese säulen die kann er nicht kaputt machen hier könnt ihr euch gut verstecken dahinter ja aber wie sollen wir sonst holz fällen also guck mal da ist der ganze wald irgendjemand muss ja für uns holz fällen wenn nicht wir dann der boss ähm seine andere attacke ist dass er zwischendurch mal so eine wurzelgreife aus dem boden rauszieht und der müsste einfach nur ein bisschen zum nächsten säulen laufen was der wurzel ist auch da wurzel nicht wurzel oh Gott also ja nee ich ruf ihn dann mal ich geh erstmal in den Deckel ich guck mir das erstmal an wird schon ziemlich gerne wird mit dem anderen auch gemacht macht euch die Nahrung irgendwie bereit auf dem schnellleiste okay aber streichst du was denn wir brauchen drei uhr alte samen um den zu holen gute frage vor haben wir die gekriegt wahrscheinlich in der Grabkammer oder ja genau ja dann lauf durchs total ab dem Portal und dann ab dem wir sind doch hier im Dunkeln wir sind doch hier im Dunkeln Wald hier gibt es doch schon auch Grabkammern achso ja gut ich habe mich hierher teleportiert woher soll ich das wissen naja weil der uralte ist ja im Dunkeln Wald wir haben wieder eingepackt nicht dass er nachher fehlt da vorne ist doch einer der ist noch bei mir ja da ist doch was naja naja na gut attacken so perfekt jetzt beißen die äh Hitze 100 hat er aber ein Licht außer mir ja ne Licht ne 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 Er läuft schon immer stehst du denn hier was da ach da ah da ist schon Nestle Nestle so kapust sagt gasse meine faktor sind die schelette mit dem druck gegenstand ja ja genau das ist nur gegenstand zum knippen alles nur knochen sind was habe ich dabei Dann nimm weiter die Hust. Da ist nix. Dann gehen wir hier durch die Tür. Hier war noch eine Tür. Hä? Da auch nicht. Okay, nee, doch nicht. Habe ich für mich vertan. Hier müssen wir rein. Das war ein. Hallo, jemand zu Hause. Hallo, Sir. Ding Dong. Das ist ja besser für mich. Hä? War es das schon oder was? Ja, hier lang. Dann ist auch mein Licht jetzt aus. Hab ich kaputt. Kriegst du meins? Bleib da. Ist gut. Oh, fuck. Ein Ghost. Oh. Geist, Geist, Geist. Der lässt sich aber im Knutel nicht so hart arbeiten. Ich komme da nicht durch. Wieso nicht? Weil der Geist im Weg ist. Ja. Okay. Gut, der Geist ist mit der Kupferachs besser. Das haben wir ja nicht. Ah. Kern. Straußwergennester. Da bekommt man auch die Samen. Okay. Und war er schrägst noch? Ist im Nebenraum wahrscheinlich. Ja. Ja, dann... ...da noch rein. Wem sollte bitte was essen, oder? Hab ich gerade. Da ist nix. Dann haben wir ja. Tut. Gott, das hört sich aber an hier. Das stimmt. Nichts, Geist, 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 muss ich ehrlich sagen. Okay. Hier, das war's. Ja, dann... Ja. Aber kein uralter Kern, ne? Nee, kein uralter Kern. Aber dann gehen wir draußen diese Krautzwergennester suchen. Draußen? Ja, die sind draußen. Die Krautzwergennester. Die sind ja drin. Äh, hier ist ja der Skelette. Und draußen sind die Krautzwergen. Ja, doch. Schon. Eigentlich schon. Oh, Tageslicht. Mhm. Ich würde jetzt einfach mal... Ja, rufen. Krautzwergen. Hallo, kommt raus. Äh. Da hinten leuchtet was. Wie ein Nest. Du hast etwas leuchtendes gesehen? Ja. Ich vermüde, das ist ein Nest. Leuchtet. Ach, nee, das sind Tischten. Sorry. Ja, die brummt mal auf. Das tut mir leid. Oh, da ist noch ein Blaubeer. Dann nehme ich die gleich mit. Da vorne schmeißt. Das leuchtet jetzt wirklich. Ist nicht länger ausgeruht. Nee. Da haben wir noch Karottensamen. Zack, zack, zack. Wir sind unterwegs, die Retter vom Dienst. Na dann. Gebt man den Grund zum Retten. Da hast du einfach kommen. Dann... Ja, super. Ja, ich habe einen. Ja. Okay. Kannst du überschießen oder behalten. Wir brauchen jetzt nochmal einen in so ein Nest, ne? Ja, dann brauchen wir noch einen. Zack. Da hinten ist immer so ein Gebäude. Da steht auch einer. Da sind ganz viele von denen. Oh, ja. Oh, halt. Die schmeißen auch noch. Jetzt renn doch nicht weg, Angsthase. Nein, du wütend. Boah, diese blöde Ausdauer hier. Okay. Das machst du. Vorsicht, Baumfeld. Oh, Baumfeld. Da kommt ein Skelett. Stilettos. Recht ist dein Stilettos. Schwelf. Okay, Ox bereits zur Karte zugefügt. Keine Ahnung. Das war's. Wir brauchen mal den Wind. Okay, dann haben wir da erst eine Kiste. Die ist leer. Bei dir habe ich schon leer gemacht. Ja. Ich steck fest. Du bist so drin. Jetzt. Nein, ich steck hier hinter den. Kann man die kaputt stellen? Ja, ja. Okay. Perfekt. Ich dachte, diese Struktur kann man nicht kaputt machen. Hier hinten ist nochmal ein Skelett. Was ist das? Das ist unsere Habe. So was herumfliegt. Weiß ich nicht. Hier wäre nochmal eine Kammer. Ja, dann gehen wir da nochmal schnell reingucken. Einfach mal kurz kicken, was wir hier so weit finden können. Nur Gutes. Skelett mit Sternchen. Der kann jetzt ganz viele Sternchen sehen. Hier ist auch nochmal so ein Nest. Noch einen Haufen zumindest. Die ganze Wüste wird, oh Gott. Hat mich vergiftet. Ach, deswegen stinkst du so. Du hast sogar Wolke hinter dir. Kann dir da noch die Feder nehmen? Ich bin voll. Ja, ich bin auch mittlerweile wieder voll. Also ich habe zu viele verschiedene Sachen dabei. Ich bin noch nicht gewichtstechnisch voll. Ja, dann tausche ich mir auch schon zurück. Ja. Schmeiß in die Kiste. Müssen wir es nicht hin und her werfen. Das ist auf jeden Fall das. Wer ist das? Vielleicht findet er da ja was. Ja, der kann zu mir. Der kann zu mir. Ich habe auch noch Geld. Robinen. Irgendwo habe ich zehn Erz her. Ja. Irgendwo. Erzgefördert. Ja, ich werde jetzt mal die Münzen reinwerfen. Ah ja, die kann ich da nehmen. Der kann ich da nehmen. Bernstein? Hat den jemand? Ja. Ich habe drei Bernsteine. Knochenfragmente geben und dann habe ich wieder ein bisschen Platz. Auf jeden Fall. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Warte, warte. Warte, warte, warte. Hier, guck nochmal rein. Und dann... Das habe ich. Das habe ich, das habe ich. Das habe ich. Dann nehme ich den Rest noch. Okay, das ist heim. Gut. Okay. Dann geht es hier weiter. Ich find's gut, dass ich dich hier nie verprügeln kann Ich glaube, ihr habt die erste Tür schon vergessen, ne? Die erste Tür? Da ist ein Abgang gewesen Ja, warte, der im geht grad rauf und kommt wieder runter Die erste Tür? Ja? Der rechts Achso Lauf ja mal links rum zuerst Dann verirrst du dich nämlich auch nicht Wenn du immer links rum bleibst, dann kannst du dich nicht verhören Oh, das hört sich nicht gut an Oh, da geht's runter Zack Boah, noch mehr Tür An irgendeiner Stelle sind wir jetzt zum Beispiel auch rechts gelaufen Das geht jetzt nicht so hin Hier ist Du Sack, also Ich hier auch Oh Gott Der haucht hier Der Wind Der Wind, der Wind, krass aus Das ist ein bisschen Okay Passt das Ja Ich hier noch geradeaus Okay Hier ist Sack, schon wieder Ja, also Viele Sack, dass man in diesen Höhlen drin Da waren wir schon Okay Aber links bleiben, da kommt der raus Ich wollte gerade zeigen, glaube ich Ein uralter Trick Ja, jetzt müssen wir noch mal kurz ein Nest finden Ich eier euch hinterher Ja Ich eier euch Auffällig, unaufwendig Ich stelle Ich höre da was Ich höre da was Also Krauzwerge haben wir schon mal Hier nur noch das Nest Ich kann keine Beeren mehr nehmen, Schatzi Okay Warte Ja Das ist ein Skelett Ach nein Ach nein Sehr schön Aber das kommt immer mit Kraft Ja Ja Keine Kiste bauen Kiste Ja, das bringt dir auch nicht viel Dann die Kiste Aber du könntest zum Beispiel Stein wegwerfen Holz wegwerfen Nicht auf mich Entschuldigung Weil das können wir zu Hause alles neu fahren Vor allem haben wir daheim sehr viel dürfen Ja Wir gehen da jetzt nicht rein, sondern suchen weiter Oder Ja, wir suchen weiter All right Unten sind auch noch mal welche Irgendwo wird der schon sein Da kamen wir her Da kamen wir her Da wird kein Nest mehr sein Ja Oh du kleines schimmeliges Nest Komm herbei, wir brauchen dich Lass uns deinen Schimmel lecken Ähm Wir müssen umdrehen, weil da fängt der normale Wald wieder an Was? Nö Dann Weile Norden oder weiter Süden Ja, gehen wir weiter Süden Das ist mindestens noch mal so ein Häusle Oder hat einen Der hat den linksten Berserker Okay Kaputt ist er Da kommt nochmal eine Truppe Oho Oho Denkst du mal mitzunehmen? Da glaube ich Aua Oho Mit Steinen darf mir zu werden Ich hasse das Hatte deine Mutter nicht beigebracht Das darf man nicht Meine Güte Meine Güte Das du immer im Kreis laufen musst Ja Schade Oder so viel Tücher Aber kein Nest Ja ne Das hätte jetzt ein Nest sein können Was können wir denn rausschmeißen? Da ist ein Häuschen Ich kann nichts rausschmeißen Also auch Okay Ich nehm noch Geld Also Rubine Hab ich nicht Harz Habt ihr bestimmt Ja Harz hab ich Federn nehm ich auch Wenn ihr noch wollt Ja Oh Ich hab's hinter dich Alles klar Reicht Leuchtpilze Kriegt Strider Der kommt Gelbenpilze Hab ich noch Du Dann Kriegst du sie Jaka Die blauen Augen Die hab ich Okay Der Inventor Wo leuchtet was? Da Hinter dem Baum Hat gerade geläutet Ah Das sind Schamanen Die gegen Skelette Kämpfen Hörst du Ich hab mich da Nur alle einlischen Hallo Guten Abend Das war mal zu größer Grabhöhle Ist es so schlecht Find ich die Gar nicht Das ist sicher Ein klar Ah doch Oh Oh Ich dachte Da kommt man nicht rein Wegen dem Baum Aber da kommt man rein Ups Komm wieder raus Ja schon dabei Dahinten hat es noch ein Gebäude Ist das was wir schon waren Also ich mag hier die Dinge Wo wir noch nicht drin waren Ja Ja Also ich mag hier auch die Wo wir drin waren Aber Das ist gar kein Gebäude Trotzdem Irgendwo ist das nächste Nest gleich da Gleich Gleich kommt es Sicher Hinterm nächsten Baum Aber jetzt hinter dem Baum Guck mal Jetzt stehen wir so hoch Jetzt muss doch hier was zu leuchten sein Oder Leider nicht Leider nicht Also wenn wir eine Mutter wären Wo würden wir unser Nest pflegen Nicht im Wald Zweiten Baum links Oh Hast du ein Problem Dann kommen wir und helfen dir Au Nicht ohne Das stimmt Wie sind wir hier oder Unten ist noch so ein Bild Ah Klippe Eine wohnende Stall Oh da hinten habe ich ein Nest gefunden Sehr schön Ah ja Ah jetzt ja Eine Insel Mit zwei Büschchen voller Blaubeeren Komm her ich rette dich Okay Wo ist der Typ Wo ist der Typ Wo ist er Ich habe ihn blockiert Der hat ja keine Chance Okay Hat jemand von euch einen Samen gekriegt Ich muss erstmal hier aufsammeln Und dann gucken Hast du Dann haben wir alle drei zusammen Du hast den anderen Ich habe die anderen Beine Ja Dann haben wir auf jeden Fall alle drei Dann lass uns gehen Norden Rennen Erstmal mit dem Portal wieder zurück Und erstmal auslernen Ja Und Tag machen Und dann holen Ja wir müssen trotzdem nach Norden reden Also Norden ist Genau Nichts Bis zum Nicht besser Achso Na Geh weg Ich will dich nicht Geh weg Geh doch Weg Danke Heute doch nur die Distel Meine Güte Ach der eben spielt wieder Spiel nicht Mit einem Mit vielem Ja Von klar Noch mal einer hinter dir Schatzi Oh da kommen noch mal welche 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 Ja Welche ist gut Von einigen Das ist ständige Ausdruckproblem Ja Eigentlich gerade ist Wie heißt das Oh ich kann nichts mehr aufsammeln Ja aber hier hat's was Das ist gut das Skelett läuft dahin wo wir hin müssen Achso Wartet ihr mal Seid ihr dann Da Gut Zumindest wird es wieder hell Ja Hoppa Mit Kopfhörer haben wir wie gesagt genug Ich hab keine Ausdauer mehr Das müssten wir drücken Um bereit zu sein F F Genau Was war das Was weißt du Ich hab's gedrückt Ich hab gar nichts gemacht Du warst Es ist jetzt für uns alle ne Für uns alle ja Da können wir jetzt einfach mal geschwind nach Hause jumpen Relativ Genau Aber damit ist auch die heutige Folge schon wieder zu Ende Oh nein Aber war doch hübsch Ja Tschüss Bis zum nächsten Tschüss 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 Tschüss